Ich muss auch individuell machen, oder? Ja, genau. Wofür jetzt, Funky, du kannst es nicht so aktiv. Karte und Modus. Jagd. Komm, ich bin mal für Grand Cibouilleron. Es geht jetzt nur um dieses eine Match, Leute. Also, ne, ob Funky jetzt gewinnen wird oder verlieren wird. Danach mixen wir nochmal die Teams zwei Runden. Ich bin eh? Genau, ich bin nicht im Stream. Du bist Malik. Ui. Was bin ich? Was bin ich nochmal? Ich bin Trapper. Oh, sehr schön. Ja, und Phil zum Porsche. Ich weiß hier schon, wen ich spiele. Ich will mal einen neuen ausprobieren. Das hat sich zu tun. Irgendwelche... Grand Cibouilleron ist sicher doch wieder Assault, oder? Ja. Das ist echt... Wollt ihr irgendwelche Vorschale? Ne, ne? Ne, ne, ne. Einfach so, dass es fair ist. Aber was warst du denn so nicht? Medic und Support bist du fast nicht. Oh, Gott. Bei Extras gucke ich mich gar nicht erst um. Also, Match starten. Medik war ich, glaube ich, noch gar nicht in diesem Modus, den wir machen. Match starten. War fast einmal Assault, aber das ist sehr, sehr kurz. Ja, da habe ich... Wir können natürlich auch unsere eigene Dingens machen, theoretisch, ne? Mit diesen ganzen Einstellungen. Unsere eigene Evakuierung. Dann hast du halt diese geilen Videos, ne? Gut, dann... Alles okay? 77 zu 23. Gut, dann... Let's go. Match starten. Glauben noch einige Leute an dich, Funky. Gerade wenig nehmen wir jetzt, Monster. Wie gesagt, ich glaube, ich programmiere einfach nochmal so, dass er nicht nur die Rolle, sondern auch den Charakter einfach zufällig sagt. Das wäre cool. Das wäre witzig. Dann musst du die Rolle ja eigentlich gar nicht mehr sagen. Wobei... Problem wäre halt nur, wenn, ähm, zum Beispiel ein Charakter vorkommt, den jemand nicht hat. Ah, okay, stimmt. Da hast du recht. Dann müssen halt mal alle Leute sich alles kaufen. Oder so ein BMOV, also... Axe-Stream doch manchmal auch. Mach mal einen Spenden-Stream-Axe für alle. Er hat eh schon so viele Einnahmen bekommen. Oder du fuckst, Phil, der schenkt Leuten auch schon gerne so wie Wolf, dann kann ich dir auch pack schenken. Will schenkst du mir ein BMOV? Will schenkst du mir ein paar Sachen? So ein paar Jäger? Phil, äh, ähm, ich hab alles, schade. Also, ich mute mich dann bis später. Bis gleich, viel Spaß. Äh, was war ich jetzt nochmal? Ich war Crapper. Ich werde, äh, Torwald spielen, weil ich gesehen hab, dass ich den grad ganz gut geskillt hab. Ich, ich will Jack ausprobieren, also, ich nehm Jack. Ich nehm den einzigen, bei dem ich noch keine Elite hab, weil der ist ja neu. Was kann der denn überhaupt? Ist nur nochmal, ach, Tech-Sergeant, der ist super. Der ist nice, ja. Ich hab den vorhin schon einmal gespielt, zum Antesten. Was nimmst du denn mit Jack immer, Grants? Ich nehm mit Jack immer die Nachladegeschwindigkeit. Ah, okay. Einfach nur, weil ich die Leute so gern pushe. Geschwindigkeit ist auch eigentlich nice als Jack, weil du dann halt besser hinterherkommst. Denk ich mir, aber ich, äh, Funky muss man, glaub ich, nicht so schnell, denn er kommt, der kommt zu einem selber. Ich denke, Funky hat jetzt dazugelernt. Ich glaub auch. Behemoth. Ich hab mir vorhin die Tipps gegeben. Behemoth ist schwer zu schleichen. Aber Torwald ist gar nicht mal so schlecht, weil der ist schön dick, der Behemoth, den kann man gut treffen mit den ganzen Granaten. Oder Mörser, eher gesagt. Ich muss euch nur noch, äh, mit diesem Geschwindigkeitsboost boosten, dann hab ich K-Ray-Editor. Nice. Cool. Also was komm ich denn hier für Tipps, ey? Jetzt neu, Unterstützung für Farbenblinde. Ja, weil du nie was triffst, ey. Ja. Denk das Spiel, du bist Farbenblind. Hast du den Witz nicht schon bei Safeo gebracht? Ja, ich weiß. Wäre nie schlecht. Den werde ich auch wieder machen, wenn Goro den Hinweis kriegt. Oh nein. Aber beim Kraken gibt's auch so einen geilen Tipp, der anfängt mit, wenn die Jäger so dumm sind und sich an einer Stelle aufhalten, dann nutze den Blitzschlag, um sie alle auf einmal zu treffen. Das find ich so geil. So, wenn die Jäger so dumm sind. Dann sind sie selber schon. Wenn das Spiel das nämlich schon sagt. Alter, ich glaub, er kriegt ein Ding ins Kanad. Ich hab das Video gekriegt. Ah, okay. Ich krieg'n Jack. Ich glaub, das ist der Letzte, für den ich es im Video kriegen kann. Außer, BMW, wenn ich die mal kauf. Oder schenken, ja. Wetten schließen, Brunsch. Sehr gute Idee, Steffi. Danke. Das Interessanteste an der ganzen Sache sind die Eier, aus denen die Monster schlüpfen. Das würd ich immer ohne Steffi machen im Chat. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll, wenn Steffi auch mal mitspielt. Dann ist ja kein Mord mehr aktiv im Chat, ey. Naja, dann ist... Ja, okay, wenn sie statt Blackhawk mitspielt. Der Blackhawk ist ja kein Mord, das ist so jetzt. Wo kommen dann die Monster her, verdammt? Ich seh sie doch aus den Eiern poppen. Ich weiß es nicht. Spannend, oder? Ey, jetzt hab ich auch Essen. Aber ich bin nicht wie Blackhawk und Mute mich. Du hast dich aber eben gemutet, hab ich genau gesehen. Ja, weil mein Bruder reinkommen ist. So. Kleiner Stalker. Auf geht's, Trapper. Wer ist ein Trapper? Ja, stimmt, ja. Ich bin's ja. Ja, ja, ja. Lass mich wieder. Tja, wir haben nichts mit Essen. Nö. Ich will mal gucken, wo so Rollspuren sind. Ah, da drüben. Aber... Ah, stimmt mal genau. Bei dem, was man so das mit Vorheilen kommt. Er ist geschlichen. Ja, hier im Medi-Land. Gut zeigt in diese Richtung. Ah, das ist jetzt... Du weißt, dass du den Shit aufladen kannst? Hm, wie aufladen? Du hättest dann auch länger drauf. Oder wie leitest du den Shit bei uns auf? Achso, ja. Mach ich ja grad bei... Genau, gib erstmal ruhig Safe und Exe, weil ich hab ja notfalls eins. Ja, genau. Meint ihr, er ist in eine Foliere rein? Kann gut sein. Das BM-Off ist es sehr stark. Dass er gestichen ist, find ich krass. Ja, funky. Ruhig kommt, find ich krass. Den wir hier auf. Bei mir werden schon wieder zehnmal diese scheiß Vögel aufgestiegen. Also hier drin ist er, glaub ich, nicht. Glaub auch nicht. Hier ist noch nichts getötet worden und so. Das wäre toll. Wow, viel Erfolg Team Phil, sagt Brandon und donatet ein Euro. Vielen Dank, Brandon! Team Phil? Team Phil, ey, genau. Oh Mann, ey. Der Kerl, ey. Team Jacob. Team Jacob. Das sind große Fische oder sowas. Hast du den geputzt gemacht oder so? Hey, hast du den getötet, Safer? Ja, den hab ich. Ah, okay. Ich dachte grad, dass er dann ja hier lang ist. Ich geh alle gleich auslassen. Boah, das ist toll. Ja, ist ja so. Ja, aber er ist sicher in der anderen Richtung. Ja, aber er ist sicher in der anderen Richtung. Das war jetzt, er hat eine einzige Spur unter dem Feld. Du sagst nicht Leopard, er greift mich an. Was ist das denn? Ach komm schon, er erschreckt keine Vögel auf. Das kann nicht sein. Ich meine, Seife hat jetzt einen vollen Schild. Seife. Lässt das Schild eigentlich nach einer Zeit nach, oder? Naja. Ne. Nur wenn man getroffen wird natürlich. Naja, stimmt genau. Hier ist nirgends was. Hat er hier grad geschnüffelt, Axel? Kein Harno. Nur mit deinem. Riecht doch gerade? Da hinten sind Spuren. Aber das sind die Startspuren, oder? Ja, ich glaube auch. Ey, da ist so'n. Das Ding muss sterben. Mach checks bis zu. Oh fuck. Das sind Vögel. Wo? Ich hab's nur gehört, das wird mir nicht angezeigt. Mir auch nicht. Hä? Dann müssen sie soweit weiter gehen. Das war's damit. 300... Was? Okay, das hat er gut gemacht. Das ist ein Blastischen. Ich hab ja gesagt, vielleicht ist der Schlüssel zu mehr fort. Aber er ist trotzdem noch nicht gebaut. Er ist auf jeden Fall noch in der Foliere. Zumit bin ich ne Trapper. Ah, wir haben Zeit. Er ist hier in der Foliere, glaub ich. Ja. Zumindest hier ist er nicht rausgegangen. Da sind Spuren. Ich höre ihn auch. Da sind Spuren, ja. Soll ich anders rumgehen, Safer? Ja. Ich mein dadurch, dass ich jetzt den Schild-Tank habe, hab die jetzt alle fast vollen Schild, also. Das ist doch gut. Oh Mann, ey. Ich geh einfach mit der Seife. Die hat er nicht aufgegessen. Ja, weil er... Ja, er ist hier bei mir. Safer. So. Ja. Er rollt wieder zurück. Er rollt zurück. Er müsste euch dann direkt in die Arme rollen. Sehr schön. Okay, er hat die Mauer hierhin gemacht. Ein super seltenes Viech. Cool. Das töten wir. Hahaha. Wie wir warten. Da ist auch. Hier, hier, hier. Ja, wir müssen... Oh. Du bist der Trapper. Du musst trappen. Ich bin Trapper. Er ist dünn, er ist dünn. Okay, nice. Bin gleich auch da. So, wie macht man das jetzt? Ah, kacke. Er ist unter dem Zeil. Könnt ihr ihn marken? Wo ist er denn? Ist er unten drin? Da ist er. Oh, ich bin von irgendwas. Oh, er hat nicht mal an. Er hat mich angegriffen. Da drin ist er dahinten. Wir haben für mich alle vollen Schilder. Ja, das ist der DJ-Way-Montag. Besser ist die draufhaut. Hilfe kann nichts machen. Ja, ich auch nicht. Wir stehen hier so. Haben Spaß. Ihn schieben, nicht mich. Er ist überhaupt nicht drin, nur mal so. Doch, wer ist er? Er muss drin sein. Er ist drin. Er ist drin. Ja, ich kann aber nichts machen. Ach, hier ist die... Von da bin ich gekommen. Er ist drin. Ja, ja, das sah gerade nur so aus, weil ich habe eben den anderen Eingang gesehen. Ding ist weg. Ja, er rollt auch weg. Keinen Schaden gemacht. Ich habe versucht, andersrum zu gehen und da hat mich ein Tyrann überrascht. Und der eine geht hier jetzt rein. Jetzt habe ich Schaden gemacht. Jetzt geht das Eingemachte. Rennen hinterher ganz los. Der meint doch. Achso, danke. Äh, blinkt sie mal an. Wo ist er? Da geht, da geht, da geht. 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 Ich guck mal, ob er in die Foliere rennt. Geht der links oder? Er ist in die Foliere rein. Oder? Warte. Ja, er ist nach oben gerollt. Okay, ich habe links in die Foliere rein. Er ist halt ganz links drin. Da ist eine Flasch-Pflanze direkt neben dir gewesen. Hey Flasch, ich habe das Vieh in die Enge getrieben. Ja. Das Vieh, also Grants. Ey Leute, der ist an euch vorbeigelaufen. Was? Alles klar. Warte. Also er hat das gemacht. Er hat euch alle ausgedrückt. Aber nett mit mir, ey. Franky, ich kenne dich doch. Alter, ich bin viel zu weit weg von ihm die ganze Zeit. Halt, warte, safe. Und du bist ja sowieso komplett falsch gegangen. Da ist doch die Foliere gar nicht. Ja, ich habe gedacht, das ist so. Er ist am Relais. Er ist am Relais. Wirklich, wirklich. Alter, zum Glück habt ihr mich. Hey, komm doch mal her. Mann, warum komm ich mit einer Klatsche, ey. Könnt auch noch mal ein neues Schild brauchen, gleich, wenn du die anderen hast. Ja, ja. Was willst du eigentlich hier? Jetzt geht er wieder in die andere Foliere. Ne, er ist hier oben. So, ist er nicht. Du müsst wirklich aufpassen, wo er hinläuft. Er ist halt gut geschliffen. So drin? Oh fuck, ich schwimme. Was soll denn die Scheiße? Danke. Gehst du für den Schild. Hinter dir safe und lauf! Oh, das war so knapp, ey. Danke. Da kam auf einmal so ein Tyrannen angerannt. Wie kontrolliert man das Teil eigentlich mit dem Schupfen? Äh, je nachdem in welche Richtung du das hältst, schubst du ihn halt in eine andere Richtung. Nein. Oh, der Laserstrahl sieht doch nicht. Oh fuck, ich brauche Heal. Wechsel. Wo bist du? Ich kann dir ein Schild geben. Ich seh dich gerade da hinten bist du. Mach das nochmal da her. Ah, Gott. Ja, gut gezielt. Er wird's nach Ausbildung. Ja, Achtung und Vorsicht, weg! Ich bin unten, super. Boah, aber der frisst halt gut. Okay, das mit dem, das mit dem hin und her schieben, das schiebe ich gerade nicht so wirklich. Oh, heil. Das kommt so mit der Zeit, merkt man das. Du musst halt so links, rechts, also wenn du jetzt nach links guckst, dann nimmt der Strahl auch so eine Kurve an quasi, weißt du? Ah, also zieht das so. Okay. Und was ist, wenn der grün wird, dann schubft den oder das? Das Ding ändert seine Farbe? Wer ist da hinten? Ja, das wird grün und rot, kann es werden. Ach so. Ich, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Er ist hinten durch die Dingens gegangen. Ich halte meine Augen offen. Ich werde eben schon bewähren. Cheers, man! Cheers, man! Der Silberdrache donatet 4,10 Euro, damit die Zahl schön rund ist. Gute Jagd. Ah, er läuft hier. Wieso, damit die Zahl schön rund ist, das verstehe ich nicht so ganz. Da, dahinter, glaube ich. Ja. Aber Silby, danke für deine Donation mal wieder. Habt ihr ihn, er rollt zu Phil. Nein, er rollt nicht zu mir, er rollt da draußen. Ah, okay. Fuck, ist er draußen? Ja. Ja, ist er. Kurz bevor der Dom fertig geworden ist. Schade. So, bei Phase 2 ist Schluss! Ach, wie er da. Ja. Servus. Hab dich ersetzt. Was gab's denn schönes? Putenbraten? Und, ähm, Tolini mit einer Raumsoße. Cool. Hab euch zwei essen. Hier ist er. Hier mal, wo geht der hin? Er rollt geradeaus weg. Vielleicht will er in die Foyere, könnte ich mir vorstellen. Er hat hier einen Vorteil liegen lassen. Er versucht sich zu verstecken. Er versucht sich zu verstecken. Und deswegen... ...habe ich ihn jetzt. Hast du ihn? Ja. Ach, da oben. Googlen verlangsang, das Monster. Das ist nett hier. Oh, der war nicht so gut. Schneller, schneller, schneller! Ja. Ach, da ist schon. Feuer! Ah, steh mal schön im Elbe. Scheiße. Genau, jetzt hast du ihn gerade die ganze Zeit geschubt. Hast du gesehen? Bug halt nicht. Warte, ich bin da gerade voll verpackt gewesen. Ja. Ich weiß nicht, ob man das wieder gesehen hat. Es ist besser, dass ich bald sein. Die Zeit ist fast rum! Vorsicht! Ein Kick-Experte hier gerade. Auch, er hat mich. Ah, bin gut. Aua! Ah, shit. Er hält sich gut, aber... Kein Spur. Hör auf, Medic! Eskippe du! Hoppala. Wow, Tyrann, Vorsicht! Oh, 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 oh! Mann! Ich bin nicht leicht, ich bin nicht leicht. Ich hatte kein Deckfeld mehr, deswegen. Das war mein Problem. Ich bin völlig durch die Texte. Scheiße, jetzt habe ich vergessen, wo er langgegangen ist. Glaub es. Also hier sind Spuren. Keine Ahnung. Ich glaube, er ist in die andere rein. In die Kuppel. Oder? Keine Ahnung. Ist dein Dingens ready? Gleich. Ich halte meine Augen offen. Ist er da in die Spoliere rein? Ihhh, schaut im Moment so aus. Warte. Komm schon, geh da rauf. Komm schon. Komm schon. Hier mal hin. Hier sind Spuren. Ich glaube, er ist da drinnen, ja. Er ist hier bei mir. Greift er an oder haut er ab? Ja, er greift an. Und ich habe ihn. Okay, dauert einen Moment, dass ich da bin. Er ist drin. Keine Sorge. Der kommt nicht zu mir. Der geht dorthin, wo ich es ihm sage. Wow. Er ist da unten. Alter, ich stecke halt in der Wand fest, ey. Wie bist du da? Und ich sage, dass sie, ey. Na, beleben. Also. Hier. Okay, Jack ist wirklich lustig. Nein, er geht schon wieder da rein, ey. Naja, gut, das ist halt als Behemoth ist Verlierer echt nice eigentlich. Alter, er hat die Steinmann aber auch auf 3 hochgeskillt, oder? Ja, Alter. Da hat er mit schon geblieben. Ey, meine... Die Zeit ist fast rum. Alles schneller. Ich wusste, dass du die Zone machen willst. Danke. Geh vielleicht außen rum. Aua. Aua. Ich muss hier weg. Wir sollten nicht unbedingt ruhig gehen. Geht einfach mega stark. Okay, alles wieder normal. Wo ist er? Hier hinten runter. Erst deine Patzerung, dann dein Leben. Das Heilungsfeld ist bereit. Er ist da bei mir. Boah, flieg doch. Treff ihn auch da. Ich bin in Wendlow, fliegen sie auch noch rausgekommen. Ja. Ja. Na schade, du hast ihn genau reingepusht. Er wird wieder weggeräuscht. Ja, aber danach wieder kurz raus. Also so, wie es wäre selber rein. Ich... Manchmal stoß der einfach manchmal nicht. Das... Ich hab's ein bisschen raus. Es geht. Ich bin wieder sterblich. Ich bin wieder sterblich. Ist der Boy schon wieder geschlichen? Soldat. Ist genau unter uns. Und wieder rein ist er. Wie weit ist der Dome? Der Dome. Ist fertig. Jetzt wird gestorben. Das ist das Beste. Ist er drin? Ja, ja. Wo denn? Ah, da oben, ja. Uh. Ein seltenes Tier. Achtung kurz, ich weg. Ach, die bei mir? Ja. Okay, das hab ich jetzt überhaupt nicht gerafft, dass er da war. Ich auch nicht. Ich hab ihn extra angepinkt. Oh, sauber Vorteil, Schadensreduktion. Ne, verursacht er Schaden. Nice. Auch nicht schlecht. Das brauchst du. Wo ist er? Oh, er ist direkt hier. Weckt er. Nächster. Oh, ich brauch dringend. Nicht da rein wieder, ey. Alter, leckumio, ne. Die waren schon wieder... Erwartete da hinten. Vollt wieder alles voll. Pass auf. Ich will hier aus der Mitte gehen. Ey, bleibst du gefälligst hier? Wenn er rollt, kann ich das nicht gescheit zu funktionieren, kommt mir vor. Ja, das ist schwer dann. Kann man ihm nur minimal ablenken. Wegdrücken kann man nicht gut, aber... Ja genau, du kannst ihn durch. Ach, der geht nach oben. Ich komm, der hat doch echt nicht mehr viel. Der ist hinter euch. Da. Irgendwas hat die Vögel aufgeschreckt. Aber wenn er sich nicht beeilt, er hat nur noch drei, keine drei Minuten mehr. Stimmt. Ja, genau da! Du entkommst nicht! Er ist wieder in die... wieder da rein. Hier. Dachte ich mir schon. Was macht er? Ja, da hat er wieder seine Granaten. Ja. Aber ja. Schießt auf den Behebungen! Da ist er! Ey, 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 ey! Au, er ist direkt hier zu mir. Ja, er hat sich da verkemmt, ey. Natürlich bin ich jetzt nicht. Oh! Vorsicht! Oh mein Gott, der ist alle ein bisschen viel von dir. Ja. Er weiß aber nicht, dass ich hier bin, ne? Ah, okay. Autsch. Er läuft in meinen Orbitralseil. Ja. Woho! Nice! Und er klettert da hoch. Er ist down eigentlich, oder? Ja, ich hab mich halt nie vorbeigebracht. Das war nicht schön. Ach Gott, die Wand! Ach man! Was ist das ätzend? Ja, ich meine, du bist deine längste Runde, bist du. Ach, da oben geht's auch noch mal rein. Er geht wieder unten lang. Ja, ich fliege das Bies! Oh, und er ist schon wieder zu mir, ey! Geh weg! Er ist down jetzt, oder? Das wird ein fairer Kampf und gar nicht zu schön! Oh! Ja, also! Oh! Gleich nochmal! Genau, Drag! Krass! Ja, sicher! Gleich nochmal! Gleich nochmal, oder? Ja, nicht schlecht, Funky, ey! Ja, Funky, ey! Kann ich einigermaßen spielen! Das Problem... Das Problem... Das Problem wäre mit der Zeit gewesen, hätten wir dich jetzt nicht down gekriegt, wäre die Zeit abgeronnen von dir! Ja, weiß ich! Ja, das ist nur noch zwei Minuten! Boah! 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 Ist aber besser als bei einem anderen Monster-Game-Plays! Mhm! Ja, das war auf jeden Fall krass! Ist okay, Raelita! Nice! Nice! Ja, nice! Wir müssen erstmal im Chat gehypt werden! Alle ein Herz für Echse! 11.000 Schaden! Oh ne! Alter, ich hab 15.000 Schild! Eie!